Stellt euch vor, ihr könntet einen Knochen am Unterarm oder einen Knochen am Bein einfach so im 0,0x nachwachsen lassen. Was für Menschen, die z.B. einen Unfall hatten, noch einen absoluten Traum ist, das ist für die Hirsche schlicht und einfach Natur. Bei ihnen passiert das Jahr für Jahr bei einem Teil ihres Skeletts genauer. Bei ihrem Geweih oder wenn es ein Einzelteil ist, bei einer Geweihstange. Diese kann der Hirsch abwerfen und dann wächst sie wieder nach, mit einem unglaublichen Tempo von bis zu 2 cm pro Tag, als das Geweih wächst. Und weil der rote Hirsch eine ähnliche Knochenstruktur hat wie wir Menschen, versucht die Wissenschaft herauszufinden, wie man den Hirsch für unsere Medizin nutzen könnte. Und so vielleicht irgendwann auch bei uns Menschen Knochen wieder nachwachsen lassen könnte oder auch poröse Knochen, die Osteoporose haben, wieder heilen könnte. ARD Text im Auftrag von Funk